Die Aschenbahn Die Aschenbahn hatten in dieser Szene lauter als einen Platzverweis für Koblohn. Der aber beuchtete sich über den in der grauen Asche liegenden Weltmeister und brüllte »Markier mal nicht so, du könntest ja gar nicht Fußball spielen, sondern nur saufen!« Ermund Rahn blickte entspannt zum RWO-Verteidiger auf und entgegnete ruhig »Und Dukatz beidet nicht«. Herzlich willkommen in meinem Wohnzimmer, mein Name ist Hartmut Hartmann. Zu Gast heute bei mir, Ben Redelings. Wie wird man hauptberuflich Fußballkulturschaffender? Irgendwie war das mehr oder weniger so, dass ich studiert habe auf Lehramt und das auch abgeschossen habe mit dem ersten Staatsexamen, aber währenddessen prall ich schon ein bisschen ins kulturelle Leben reingeschnuppert habe und gemerkt habe, okay, da liegen dann doch die weiteren Lebensplanungen eher drin, als sich vor eine Schülergemeinschaft zu stellen und ja, 24 Stunden die Woche das zu machen. Ich habe halt ein Jahr lang in den Niederlanden das auch gemacht als Sprachassistent und habe da auch wirklich vor der Klasse gestanden, weil die da Lehrermangel gerade hatten und da habe ich gemerkt, das ist halt wirklich nicht so genau, hundertprozentig das, was ich machen wollte. Und Fußball war immer meine Leidenschaft, mein Leben. Also wenn Sie nicht vor einer Klasse stehen könnten und die in Schach halten, werden Sie auch nicht zum Fußballtrainer geschaffen? Das ist übrigens eine sehr schöne Parallele, genau. Man hat ja früher immer gesagt, Fußballlehrer quasi und jetzt ist ja immer der Coach und so. Ich glaube, dass vieles, was die Bundesliga-Trainer machen, ist tatsächlich vor so einer Meute von Leuten, die eigentlich widerwillig sich dort versammeln, treten und mit denen zu gucken, dass die was Vernünftiges machen. Das ist eigentlich nicht… Widerwillig? Widerwillig, ich glaube ja. Ja, also wenn man hört, wenn man teilweise Trainer hört, wie, 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 also wirklich widerwillig Leute zum Training kommen, eine Stunde am Tag und das ist von denen zu viel. Wenn ich mir da vorstelle, die würden mit der gleichen Einschaltung gehen, die in die Schule rein und würden da stehen und würden dann sitzen in der Schule und die stehen halt vor den Trainern und das ist, glaube ich, das Original das Identische. Und das ist auch eine Gruppe, die sich in kleine Teile zersplittert und teilt. Sein Bruder Lothar, der aufgrund des Bundesliga-Skanals mit 37 Jahren Verspätung erst 2008 die 1971-verwehrte Toya-Kanone für seine 24 Treffer in der Spielzeit 1970-71 erhielt, hat damals noch einen weiteren einzigartigen Titel errungen, und zwar den des ersten Bundesliga-Spielers, der die neu eingeführte rote Karte sah. Am 10. Oktober 1970 wurde Koblohn in Kaiserslautern vom Platz gestellt, weil er den Schiedsrichter nach einer Elfmeterentscheidung gegen seine Mannschaft ausgelacht hatte. Den Strafstoß verwandelte übrigens Otto Rehagel, der man den Wolf-Dieter Allentwelle ein paar Jahre später am liebsten mit Patex am Hintern an die Trainerbank geklebt hätte. Ein Klischee ist ja, früher waren wir Freunde, Elf Freunde heißt ja nicht umsonst so als Magazin. Heute sind wir ein Konglomerat von Großunternehmern, die noch nicht mal Lust haben zum Training zu gehen. Ist das so oder ist das ein Klischee? Ja gut, es ist ja nicht so, dass jetzt wirklich alle Profis so sind. Ich habe gerade noch über Max Hummels von Brüssel Dortmund gelesen, dass in Dortmund es wohl so ist, dass die Mannschaft nach dem offiziellen Trainingsschluss noch weiter trainiert und Jürgen Klopp mal hier zu denen gekommen sein muss und gesagt hat, Herrschaften, ich stelle jetzt gleich das Hubschicht aus, jetzt ist es vorbei hier so. Also es gibt auch noch andere Fälle, aber was ganz fulminant ist, ist die Abschottung der Profis von heute, also wirklich, das werden halt sterile Leute sind das, die da produziert worden sind oder die werden uns in den Medien so als steriles Produkt vorgehalten und da ist nichts mehr Menschliches dabei und das ist das, wo ich immer auch immer mit meiner Arbeit versuche anzusetzen, weil ich sage, manche Leute sind auch Kerle, das sind auch Jungs, die ein ganz normales Leben führen und man muss sich das auf eine charmante Art und Weise hervorholen. Also generell, dann jedoch kein Zocker? Gar nicht. Gar nicht. 0,0. Weder Fußball noch was anderes? 0,0. Da fällt mir zum Beispiel spontan Patrick Ochs ein. Der ist, soweit ich weiß, seit 360 Spielen Frankfurter und er wird auch noch, bis er umfällt, Frankfurter bleiben. Gibt es da noch mehr von, von solchen Männern? Sie sind doch so ein Faktenmensch, denke ich mal, auch in dem Bereich. Gibt es noch Spieler, die von Beginn an bei jedem Verein geblieben sind und auch weiter bleiben, ohne jemals zu wechseln? Es gibt es ja immer weniger, das ist ja ganz klar. Früher war es ja Usus. Früher war ja genau das Gegenteil. Charlie Göbel, der hat noch geheult, dass der Schiedsrichter eben im vorletzten Spiel halt das 600 dritte Spiel noch verwehrt hat für seine Eintracht, der war völlig fertig. Der war immer bei der Eintracht. Hat er allein bei uns 518 Spiele, hat er da durchgehend gemacht, die meisten Spieler sind ja früher wirklich bei einem Verein geblieben oder vielleicht mal zwischen zwei Vereinen mal hin und her gewechselt oder so, weil der eine runtergegangen ist. Aber es ist schon so, dass das heutzutage sehr selten geworden ist. Und Faktenmensch bin ich übrigens tatsächlich nicht mehr. Also bis in meinem 18 Lebensjahr konnte ich den Kicker und Alpanini Sammelalben runter und rauf und runter beten und so. Aber dann ist irgendwas in meinem Kopf passiert und das ist nicht mehr da. Und ein hoher Pass ist dieses Quadrat. Wupp, dann geht das ganz hoch zum nächsten Spieler, der automatisch angewählt wird. Und wie grätsch ich hier rein? Du grätschst mich, glaube ich, mit Quadrat. Warum haben wir jetzt so eine andere Perspektive? Achso. Boah! So kann der Spielraum? Ja, ja. Achso. Das ist schon tatsächlich der Fall. Ach, da hat man noch nicht die Original-Krug hinter Tore genommen, oder? Ja? Doch, doch. Das ist Werner Hansch. Das ist Werner Hansch? Ja, ja. Guck mal, jetzt ist er zum Beispiel geschossen. Buchen braucht doch einen Verein wie VfL, oder? Malocher-Fußball, kann man sagen? Ja. Ja, sicherlich haben wir die meiste Zeit keinen schönen Fußball gespielt und sicherlich sind wir auch Malocher-Klub. Wir sind vor allen Dingen auch ein Stadt-Klub und wir sind momentan unter Umständen auch genauso scheiße wie in der Tabelle der nicht mehr 1. Liga, sondern jetzt bald 2. Liga, wie es die Stadt momentan vielleicht auch selber ist. Ach sie an? Ja, solche Sachen im Parallelen, glaube ich, gibt es dann doch schon wieder. Also wenn der Fußball verkommt, verkommt auch die Stadt? Ich glaube, in dem Fall ja. Also beides gleich rum. Warum? Ja, weil bei allen anderen Bundesliga-Fan ist das so, oder bei den meisten Bundesliga-Fan ist das natürlich nicht so. Beim VfL-Boom ist das so, weil 80% unserer Fans wirklich alle aus der Stadt kommen, alle. Also 80% ist Wahnsinn, muss man sich vorstellen, weil Schalke natürlich landesweit seine Fangruppierungen und Fan-Klubs hat und Borum hat nur die Fans in der eigenen Stadt und deshalb deckt sich das, glaube ich, sehr fulminant bei uns. Der ist automatisch. Der ist automatisch? Ja, ja, ja. Das heißt, auf den kann man sich schon verlassen müssen? Ja, anders als bei der WM. Ah, ok. Ja. Ich grätsch mich mal um. Wir versuchen mal... Ach, der vorne ist es. Wie grätsch man? Ja, jetzt hast du mir den mal einfach so abgenommen. Ohne war ja keine grätsche nötig. Ja. Ansonsten ist grätsche, glaube ich, Quadrat. Ich... da! Das war's. Mann, Mann, Mann. Diese WM macht mich, obwohl ich als Aufklärer etwas gegen Verschwörungstheorien habe, sehr misstrauisch. Und jetzt habe ich sie als Fachmann auf der Couch. Jetzt haben wir hier rote Karten schon gesehen. Die sind vom Himmel gefallen wie ein metaphysisches Ereignis. Ohne jede Verwurzelung in der Wirklichkeit. Wir haben Torwartfehler gesehen. Von Profis. Die kann eigentlich kein Profi machen. Da könnten sie als Schriftsteller genauso gut nicht mehr wissen, wo irgendein Komma hin muss. Meine These wäre, die WM ist ein Testballon, inwieweit man die komplett verschieben kann, ohne dass die Leute es merken. Und zwar steckt meiner Meinung nach dahinter die Familie McMahon. Kennen Sie die? Vom Wrestling? Die Chefs vom amerikanischen Wrestlingverband. Die Frau McMahon ist nämlich hohe Kandidatin für republikanische zukünftige Ämter. So, die haben sich da eingekauft und gucken jetzt, dass Fußball vielleicht in Zukunft so sein könnte wie Wrestling, mit Drehbuch und alles. Der ist jetzt schon zu Ende geschrieben und die testen, ob wir, ob uns das nicht aufhält, weil in Südafrika am besten zu organisieren ist. Ja, also ich traue Blatte alles. Aber nicht, dass er die Fähigkeit hat, erstens selber ein Drehbuch zu schreiben und zweitens eins schreiben zu lassen, was gut ist. Aha. Also das kriegt er nicht hin. Das kriegt er nicht hin. Daran würde es scheitern. Sie müssen noch zwei Stunden bleiben. Welchen Film ziehen Sie sich rein? Spontane Auswahl. Ich darf zwei Stunden bleiben und wenn ich ganz spontan hier gucke, brauche man nie lange machen, definitiv Karate-Kids. Das war Mr. Miyagi. Ich will es wirklich nicht glauben, aber wir haben das früher bei uns im Religionsunterricht gesehen und es ist einer meiner absoluten Lieblingslehrer gewesen, bei dem wir das gesehen haben. Und ich glaube, wir haben den dritten nicht mehr gesehen. Aber die ersten beiden Teile haben wir im Religionsunterricht gesehen und auftragen, polieren. Bus shortcuts. Mooi finde, das ist der Partik von Alckmann. Running in Üstungen, der esquelet war auf der кстати wurde, ist , Evonious. Und wohin zu verstehen. Schleggen liben weil das pain in Üstungen verfügbar sind sind zu pandemischen. thought es das Interview mir부望. Und das ist ürbar Brenst imperial war. Vielen Dank.